Trotzdem den Knock-Up Bei uns, in der Klasse gibt's so'n Spruch Da sagen wir immer Äh, sie war sieben Sie war sieben, wir waren sieben Wow Okay, ich glaub den checkt ihr nicht Doch, aber das ist ein bisschen mies, oder? Alter, ist übel witzig Das ist so wie dieses äh... Das versteht ja leute, nimmst du so barbarisch Barbarisch? Ja Ja Okay Cap'n Brat Pirat Ach so, Grasp of Shen Es wird interessant Welcome to Summoner's Rift The answer lies within The Karim fängt mit Red an Fährt mit Red an? Ja, das ist halt ein Fährt Das Fährt ist bei Red Fährt Fährt Pass auf, dass er nicht Level 2 Toplane kommt Ah, Double Kill meinst du? Du hast jetzt keinen Eloi Ach, stimmt Okay, Triple Kill Oh Weg da, weg da! Er kassiert Free Tower Damage Kriegt er einen Q Flash weg? Flash weg? Nein, komm, schnell hier Nein 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 Oh, das war der Bait Oh, das war der Bait Ihr seid in der Unterzahl, ne? Ja, wir hätten ihn töten können Leo, 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 Leo Leo, Mensch Toll, Leo Will dich aber auch an seiner Stelle, man Ich schaue Hallo, Leo? Leo, man Leo What the? Toll, oh mein Gott, Remake Achso, jetzt kommt er Wollt ihr nur nicht leaschen Alter, ich Alter, ich hab die ganze Zeit mit euch geredet Wusste nicht, was los ist Wusste nicht, was los ist Tut mir leid Tut mir leid Verwirrt Erst hilft da nicht, für das Dopp zu bekommen, Alter Ach, er hat auch den Skin Jetzt ist aber interessant Deswegen haben die Remake gemacht, er wollte den Skin nochmal kaufen Oha 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 Den Skin hat er eben noch nicht gehabt, ne? Oha Achso, wir hätten Level 2 und die engagen das Ich glaub, da haben sie irgendwas falsch verstanden Haha Sind raus, ne? Befug Ich geh warn Echt so, Alter Wann die Mitte ganken, hast du deine komische Rotze da? Hahaha Genau die Oh fuck Was? Genau die, ja, ich Hast du die? Ja Hast du die? Ja Das war so klar, dass der Kaffee das Watt macht Ist unter euch, ist unter euch, kommt, Mitte Als Ionia ändert, so muss ich Oder auch nicht Doch, da war er Mein Geist ist ein unquenchable Feuer Oh shit Boah zählt Könnte sein, dass wir drag machen Hm, naa Stop Boah, nimm's Ich hab ihn nicht mal bekommen Haha, cute one Hey, machen die vielleicht echt drag? Nein Das war ein Der war mein Geist, mein Supporter ist, wir machen die es nicht Oh, es ist Trash Schön, das ist Denken wir, dass er zurückgegangen ist, hab ich�gerollt Noach! Ja, ist wieder da. Das wird aber interessant. Der Shen hat ja schon ein Feld, wo die Autoticks kein Damage machen. Wenn ihr das raus habt, dann sag mir das. Jetzt. Ich komme dann. Hast du Wort? Nee, hast ne Minute wieder. Voll, ich hab schon erwartet. Aber Flashcans haben wir übrigens gut. Ja, die stehen unter meinem Turm, da kann ich nicht sehen. Ja, ich hab das. Was war da? Was? Könnte Hecarim gleich kommen, wahrscheinlich. Wenn ihr heute so... Ah, der ist hier in meinem Jungle. Lol. Ja, hey, die Botley moved auch zu euch, die Botley moved auch zu euch. Die Botley moved auch zu euch. Jo, der Flash. Mhm. Ah, der hat geghostet, der Hecarim. Jo, ist dein Mikro wieder im Arsch? Nein, warum? Ja, irgendwie ja schon. Okay. Nein. Nein, ich hör's ja nicht. Ich komm, Bart. Ich komm, Bart. Ich weiß, es ist nicht geworden. Könnt ihr engagen? Kannst versuchen. Bitte. Ja, vielleicht noch. Hier ist ein Pink, Bart, den habe ich mal gemacht. Ich hab' euch hier noch in Pink reingesetzt. Danke. Danke, Cutie. Kommst du mal kurz mit? Ich hab' in der Spiel gegangen und hab' Split kopiert, was ich mache oder was? Schnell ist da wie sechs. Kommst du mal kurz mit, bitte? Äh, ja. Ey, von Wasser. Nach dem Camp hier kann ich kommen. Aaaaah Lächerlich, ich hasse Syndra Jawohl Aaaaah, ihr Skettich, sie sind in die Blood Moon-Lade Aaaaah Die Flasht ganz hässlich, Alter VKRM's top, VKRM's top Ja Ja, die können erstmal nicht engage 16 Sekunden Cooldown 16 Sekunden Cooldown Ah, Shen-Flash Sag, Alter, bin ich behindert? Ich treffe... Verstehe ich, warum er reinfuscht, oder? Definitiv, geh du Grave-Clay Ja Aaaaah Läu Alter Läu Dinein mit... GG Was bist du für'n Supporter? Keine Lust mehr Ja, pass mal ein bisschen gegen, ich bin Job Eeeh So viel zum Thema, warum spielst du Hardrocks? Ja, noch keine Gang-Kriege gekommen Ja, das hast du aber jetzt das erste Mal gemacht Ja, das hast du aber jetzt das erste Mal gemacht War toll Oh man Oh man Deswegen bist du... Bist du über... Ne, da bist du gar nicht, Leute Haha, ich bin Gold 5 genug Pssch Boah, Dennis Miss wahrscheinlich... höchstwahrscheinlich... Ey, warte mal, Top-Man ist auch Blood Moon Ja, ja Ich kann voll Blood Moon Team, Alter Nein Nein Warte mal sagen, warum der Typ mich nicht outfarm Zwei Mal Jungle Pressure Auch neu Soviel dazu Hackerin, Hackerin, Hackerin Darin ist, äh, mit drin Alles gut Das ist so behindert, weißt, ich kann alles treffen Und sie kann alles missen Aber wenn sie ultert, dann bin ich auf einer Tod Ja Meine Fresse End of Syndra Zwerge kommt von oben Äh, in Gash Hackerin, 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 Hackerin Okay, wiki Fuck Nope Sneaky Sneaky, sneakie, fuck Ähh, schlick oder keine W, alles klar Du könntest Top-Link denken Also, ich mein, du bist ja schon Level A8 oder so, oder? Könnt ihr top kommen? Der geht grad warten. Okay, der war jetzt gut. Mitte ist Mist. Der ist halt gewordert. Man kann auch als Jungler hier so über die Lane ganken. Und hast du wieder E? Sechs Sekunden, fuck. Wir werden beim nächsten Mal ausprobieren. Bleibst doch glatt übers... ...den Gash oder so was. Bin traurig wieder nicht, oder immer noch, oder? Wer nicht? Okay, super gank. Jo, war perfekt. Besser ging gar nicht. Ich geh weg, pass auf. Hast du sauber runtergespült? Muss ja nicht sein. So viel zu. Keine Ahnung weg. Ja, ich hab nen Fehler gemacht. Ich hätte meinen Mantra auf mein B machen sollen. Ich hätte meinen Mantra auf mein B machen sollen. Er ist als Top. Ja, ich hab ihn wirklich gut gefüttert. Na, ich hab ihn nicht gehauen. Ich hab ihn wirklich gut vertreten. Aber es ist so der Durchsgeladen, weil wir super sicher sehr genau so meinen Schatten. Kannst du nicht jetzt? No, nicht. Ich hab den Mantra auf mein Abfall. Hat die noch Flash? Jetzt nicht mehr 20 Sekunden, halt Oh, schnell, 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 schnell Kenn sie doch, kenn sie doch Der Jhin fehlt auch Ähm, ich komm zur Mitte Hier rein Ah, die haben mich gesehen Ist ziemlich früh Schön, dass wieder ein Bot Oh, Loll Nein Läger im Ulti raus Der Flash wird unten irgendwie mal noch Komm, am Bot-Dive gleich Nee, nee Nicht? Nee Äh, stell mal ein Wort hier gleich da rein, wenn du kannst Soweit kommen wir wahrscheinlich die nächsten Minuten nicht mehr vor, aber ja, ich versuch's dann Weil ich push gerade rein Äh, die Syndra, die kommt, glaub ich, zurück Ja, hell yeah Ja, die kommt Noch nicht, check nur Loll, die hat den nicht, Loll Nice Max, noch mal Mitte kommen Oh, Gibi, wir können killen, der Dive ist geschehen Geht Port rein, geht Port rein, ich komm Ja, das geht nicht so einfach Ich komm, bitte Mach mal den Kopfkrabbel erst noch Mach mal den Kopfkrabbel erst noch Ich will den Namen voll zu voll großkrabbeln Alter, ich kann mich auch wieder top landen Lass mich in Ruhe, Mann Lass mich in Ruhe, Mann Wenn die Schnauern sind Ja, das ist unser Pumptop Ach, soll ich Schaus? Ja, ja Ja, wieder ab Fünfze Sekunden hab ich hier lang Können wir mal alle hin Alter, dieser Hekram, Mann Der ist die ganze Zeit top landen Werde die Hook raus? Ich will auch mal so'n Hekram haben Okay Okay Pfff Oh 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 Der Hekram kommt Ah, der Hekram Lauf, 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 lauf Sind wir wahrscheinlich auch Bot weg, Bot weg, Bot weg Kommt, ne, der kommt nicht Doch, okay, kommt Nee, okay Nee, geht auch rein Hätte euch übelst zerschnetzelt, Alter Äh, ich glaub, Aatrox könnte noch mal Drake machen, oder? Ja, so ist es Sonst wäre jetzt wohl die Bot totes Wir haben einfach keine Also Virginia hat einfach keine Chance gegen ihn Oh 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 Okay Da kann keiner mehr, da kann keiner mehr Da kann keiner mehr Ja, das Zeug hat gut funktioniert Ja Geht Geht Oh Die sind hier Oh Fuck Oh Oh Warte, warte, warte Geh du auf die Dane, als wäre das normal Anders soll ich mal wieder runterkommen Oh Der ist bloß beim Globoz Oh Wah Oh Der war aus für den Autotech Ha Äh, Ufo, komm mal hoch schnell Pass mal auf dein Camp Seh Der wird mich wahrscheinlich tauer, da sieht man, Alter Komm, wer geht wieder worden? Alter Warte hier Holy Macaroni Finn hat keine Chance Holy Macaroni, Alter Ihr habt hier einen Wattentanenwort Dann komm ich hier über den Lange Der sieht doch, wenn ich da ins Busch gehe Ist doch egal, es geht um den Pressure Es geht um den Pressure, es geht darum, deswegen killst Also, bin ich der Meinung Ja, okay, dann kann ich jetzt in Ruhe back enden Wir haben gelernt Ja, danke Thresh ist Mitte Ich glaube, wir holen einen Bot Tower Das wäre Solo Gold, das wäre Solo Ich komm, ich komm, ich komme Sintra und Thresh ist, pass auf Ich hab kein Mana und kein Leben mehr Okay, lauf EK ist wieder Top Ja Ja Das hab ich aber gesehen Uhhh, die Flash-hock Der Hake, Rimmmann, ohne Witz Der rasiert hier gerade das Spiel Ja 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 Boah, ich muss Top Ich muss Top Ich hab Old in 10 Ich geh nicht weg Schönes Mitte Alles gleiche, ich kann Ja Oh fuck Oh fuck Ja Wow Shadow geht wieder raus Wir sind da flasht Wer? Achso, Sintra Hä, hab ich jetzt Ah, da musst du da mal rumgelaufen sein, oder? Gehst du Full-AD, Freddy? Nein Ist da Sport drin? Ja Wenn wir halt, äh, wenn wir halt ein Teamfight sehr lieb, wenn ihr irgendwie die Sintra da draus nehmen könnt, weil sonst Ich geh mit Trink immer ein ganzes Kick heute nix Na ja, Hake, raum, fuck mich aktuell nur ab, der ist die ganze Zeit auf der Top-Lane Ja Aber Möcke rasiert ziemlich gut schon Der Schreddert gut durch Einfach Stollen Sollte ja auch so sein, wenn der Jungler sich Top-Lane konzentriert Ja, ne, funktioniert gut Ja Aber ich verstehe nicht, warum Der sich so Top-Lane fokussiert Chen und so oder so Weil der Sport-Lane versucht hat Und er hat auch Fresse gekriegt Thresh ist Mitte Geh doch Fresh drauf, geh drauf, geh drauf, geh drauf Raus, 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 raus Wir pushern weiter, Bot, wir pushern weiter, Bot Chen kommt Top-Lane Chen ist einfach noch Bot Ich mach den Power-Hack-Rame, Hack-Rame ist Bot Ich mach den Power-Hack-Rame, Hack-Rame ist Bot Wieder hinten Oh, fuck Okay M, Thresh kommt Top, Thresh kommt Top, Top Und Sintra ist auf mich Ich vergesse Ich vergesse immer Schwer hat wieder geholt Na bei E Auf die Sintra? Ich komme, Maudi Ich komme auf die Sintra Geh da rauf Ok, ich schweck Ich bin richtig steifend in den Stör Leo kann Spot-Lane noch Die Mitte Da kein Flash, da kein Flash, da kein Flash Kriegst du der Speed? Er hat keine ULT Kriegst du beide, komm, komm, komm Helft, helft Scheiße Was? Magie noch mehr, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr Magie noch keine Q Magie noch keine Q Wir können die, ah ne Wir können die fighten, wir können die fighten, wir können die fighten Lenk die mal ab, bitte nicht, jetzt kommt Ich hab die eh nicht durchgekriegt Er hat Flash gerade geflasht, ja Drake in 40 Schenner hat keinen Flash, er hat keinen Ghost mehr Sintra weiß ich nicht Schenner also Hier, dann lassen wir zu dem Blue gehen Ja nice, wenn ich den krieg, dann können wir Drake schneller machen Oder effektiver Ja nice, wenn ich den krieg, dann können wir Drake schneller machen Oder effektiver Ja nice, wenn ich den krieg, dann können wir Drake schneller machen Wer hat denn eigentlich den First Tower bekommen auf der Game Wir, oder? Also bot, wer hat den gekriegt? Ne, war das nicht Freddy? Ach ne Ich hab den Ich hätt's fast geschafft, aber Ja, da kam der TP, ja, ich erinnere mich Regen in 7 Shen wie gesagt kein Flash und Hackeray und kein Ghost Warsteig, 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 warsteig Shen Ulti Kannst du noch ulten, Alter? Kannst du noch ulten, Alter? Ich hab keine ulten, Alter Ich hab keine ulten, Alter Ich hab keine ulten, Alter Ah, Troxed Raus, Abtun Raus, Abtun Ah, ich vergesse dich mal mit dem Shen, Mann Der nächste ist wieder in Inferno Wir können für solche Sachen nicht gehen, wenn wir nicht zu 15 sind Was? 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 Ich hab keine Worts mehr Ja, was? Ich hab keine Worts mehr Abtun, da gibt's ja auch Ghosted, Ghosted Der Hackeray hat wirklich zu fast, also der ist jetzt Er ist jetzt extrem stark Ich komm mal mit Bin gleich da Häkkert wieder geghostet Oh lol Trip, Alter, es macht so keinen Spaß gegen ne Synthra zu spielen Komm, Freddy Ist übel low WTF WTF Hekkert muss mit Hekkert kommt Mitte, Hekkert kommt Ja, soll er herkommen Ja, kommt noch mehr, die Bodden kommt auch zu euch, die Bodden kommt auch zu euch Flash kommt auch, die kommen alle zur Mitte Flash ist hier Ja, ich komm Ja, die haben nicht gesehen, da ist ein Boddenkling Ja, die haben nicht gesehen, da ist ein Boddenkling Ja, das ist ein Boddenkling Ja, das ist ein Boddenkling Schade Er ist aber tot Nice, perfekt Er wurde Er ist einfach hier, Tower Tagspitale Geht's moving No one Go go Power at Tagspit Ja gut Ja ich geh schon Ich geh nochmal back Ich bin noch weg Hier Hier Ja sorry Ich komme ich komme ich komme ich komme Ich bin noch im Weg Dauert noch viel zu lange bis ihr da seid Geh raus Das ist super Der hat geflasht glaube ich Der hat noch geflasht Die Ich Stell nochmal einen Wort und dann gehe ich... Oh Loll Hä? Der Schick hat nicht kommen? Den ist noch nicht da, der Schick hat der Ult Komm auch dazu, ich komm auch dazu Ich hab Ult Achtung, ich komm auch Aus Sinso, aus Sinso, aus Sinso, geht rein, geht rein Sauber Weiter, weiter, weiter Von vorderritten, von vorderritten durcharbeiten Vorderritten durcharbeiten Fest, ja? Snash Snash, 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 Snash Bin auch dafür Kein Smite mehr Kein Smite mehr Wie lange? Äh, 70 Sekunden Ich nutze euch immer Smite in Fight, Digga Ja, komm Ja, komm Ja, ja Ja, und Meine Autos, Alt-Sex machen danach Tudeln Ja, ich bin auch klar, wie es heute funktioniert, aber trotzdem Easy, meins Jo, das war gut, das war sehr sehr gut Lass mal bitte mit uns Ich bleib am Merkur Ja, ich bin auch Ja, ich bin auch Ich bin auch Wir sind auch Ich bin auch alle zum drachen leiter was ist das für einer? oh der feier ein nice botlands deckt gerade gegen uns ich hab 3 auf housebike 30 bis drake stand bestimmt wieder ulti mit sicherheit aber wir sind deutlich stärker im teamkampf momentan ja gerade wenn wir twitch hinten also wenn wir moko gut beschützt kriegen dann rasiert er einfach alles hinten weg 15 bis drake, shan moved schon da hat wahrscheinlich auch kein ulti wollen wir dich trappen? erstmal trappen versuchen ich will den ra- ah ok ne ich will doch nicht trash, 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 mit dem ulti mhm hat's nicht weggedrägt, egal hacker ulti ist raus, drake 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 drake, perfekt ich geh mitte 1-4, 1-4, 1-4, 0 1-4, 1-4, 1-4, 0 1-4, 1-4, 1-4, 0 2 sind mitte, perfekt ich hab halt noch redemption in dem top land fahr'n, geht raus ok dann geh ich noch mal auf die base ich brauch die buffs abs dann aber schon soll ich den mikael zonen oder nicht? im loko äh ja ok erst mal solaris erst mal solaris oh jetzt hab ich glaube ich schon ok ne dann egal ich hab jetzt schon ein chalice gekauft ja passt dann haben wir uns direkt zu Ende ne 16 die gehen alle top, lass mal botlane 2 Leute top, 3 Leute top lass ich mal moko weggehen ich pushe botlane dann callt wenn ich tp'n soll jo das halte machen mit oder top tier 2 ähm mit warum hat eigentlich Twitch mehr Leben als ich? ok hehehe hehehe aber ich hab ihn mal an mit mir kostet Hacker, 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 Hacker Hacker, Hacker, Hacker Ulti von Trescher, Achtung, 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 Perfekt oh fack, 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 fack weiter, 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 weiter nice nice, das war sehr gut sehr, 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 sehr gut schöner Fokus oh shit sehr guter Foto sehr guter Foto jammer PENTA, PENTA ich steig, ich steig, ich steig, ich steig PENTA ne, ist weg scheiße krass wow, wir können ganz schön viele Zonen, Alter wir können BANnen Bond oder BAN? auf BANnen FETTA 5 Sekunden nein lass mich mal heilen, lass mich mal heilen oh god ja, weg, 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 weg N und N, G oh fack, 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 fack da ist, tp, tp lauf hoch, lauf hoch, lauf hoch oh, du hast doch schon GG geschrieben, Ufuk, Alter ja, ja, leute oh man, ey leute die Lüste hat BM ach ne ja, trotzdem, der Fight war halt richtig, richtig gut ja, entfinde ich gerne, aber PENTA versucht muss ok, bis ich wieder erlebe, habe ich Mika jetzt auch fertig ich habe erst 330 AUD wie lange bin ich denn tot, Mann, 5 Stunden? ungefähr Alter, steht 5, 8, die haben sogar mehr Kills als die, Ufk ja, und ist der Hake rum aber 4Kills auf dem Shen bringt halt, oh leu oh, Shen 3Kill oh, Shen 3Kill ja, Mann, ja, ja Mensch, Arsch mal natürlich kein Assist Darren, Darren, Darren ach so, ist noch, nee, ich wollte gerade sagen, ja, vergiss es ja, finischen können wir nicht hä, wir hätten doch gerade finischen können wir jetzt auch ne, wir können schon finischen wenn einer live und kommt, können wir finischen da war noch mal das war kein Scheiß Alter, das hat Bullshit, ey ha ha ahhh, mir geplatzt, ey he sch dann tue ich das weiter das ist ja schön macht ihr weg, dann geht doch weg das war ein schönes Gen, das hat mir richtig gut gefallen wie meine Träne einfach immer perfekt den gesamten Schaden von der Zyra, äh, Zyra, Sondrault geblockt hat wie meine Träne einfach immer perfekt den gesamten Schaden von der Zyra, äh, Sondrault geblockt hat